Hey Leute, ich bin's wieder, GYJT, JLVN, 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 James, Thomas und heute, ich hab ja irgendwas, also los geht's Die 12 Jahre Thema, die auch mein 12 Jahre Thema sind, die ich finde, dass sie 12 Jahre Thema sind, insgesamt pro Jahr und die ich auch als Video gemacht habe, getrennt, in einem Jahr, vor ein paar Jahren mache ich zu einem Video Also, neuer Anfang, da bin ich draußen und drin und dann Fasching, Verkleidung, bin ich natürlich drin und da, wo ich mich verkleide, würde ich damit gerne rausgehen So wie die Superhelden Manche bleiben sogar geheim, deswegen gehen die halt nicht raus, sondern bleiben drin und dann, da steht alle, ach, das war es, als Superhelden Geht Kleidung angezogen Ja Und dann, Frühlingbeginn Da wachsen die Pflanzen nach, geben vor zu Synthese und zu Energie, Luft und so weiter Bei April Pranks machen, muss man da mal wieder lachen Haha Ja All möglichen Pranks Die ich euch zeige, es gibt natürlich viel mehr, klar, aber das sind bald die wichtigsten Ja Halte, die man halt hier sieht Zum Beispiel mit einer unhechten Waffe, die wie echt aussieht, rausgehen Da, wo sogar Kugeln drin sind, aber Natürlich, nur Spaß Kugeln drin sind, die aber trotzdem wehtun, damit jemand erschrecken Ja Das kann schon Cool werden, finde ich Für den jenigen, der jemanden pranken, der geprankt wurde, der, für den ist das scheiße, ja Ostereier suchen Ja Ist am gleichen Monat Am April nämlich Und ja, also was da gesucht, unter einer Minute oder sowas in der Art, ja Sommer Sommer loslegen Oh, super cooles Wort Sommer und loslegen Richtig cooles Wort, loslegen, passt zu Sommer Ja Ja Aber das ist richtig heiß, das ist voll cool Geburtstag Feiern Oh, das ist super cool, da wird man älter Als Kind und als Erwachsener Bei mir ist beides in einem Jetzt Mach ich's noch ein bisschen gemütlicher Und äh Naja Nach Feuer auf Kuchenkerzen und äh Füge die Kuchenkerzen beiseite Ok, Holze Feuerstäbchen und äh Kuchenkerb und dann nochmal nicht mehr, nachdem wir angezündet wurden Weil man jetzt nen Kuchen esst, so wie ich jetzt gerade Da sieht man zwar beides Weiß, Teller und Kuchen, aber man sieht's ja Bisschen schwarz, ja Am Kuchen, deswegen sieht's man auch dann noch Birthday Song Jetzt mal Birthday halt Ja, der Song passt total definitiv Und ja Und jetzt Herbst nicht loslassen Äh Geht so Da fangen die Bäder runter Halloween Erschrecken Wollen wir auch haben Winter Wegwerfen Das will man nicht haben Glaubt mir Aber super, dass es mal schneit Ha Man hat nun Glück Und äh Weihnachten Loslegen Da gibt's halt Geschenke Und ähm Mal sehen was wir da Weihnachtsmann bzw. Nikolaus gebracht hat Und ähm Er hat mir Besondere Sachen gebracht Punkt Ja dann Schneidest du noch halt Halbarnachten Winter Es war cool Es war cool Silvester nie wieder Aufhören Japp Ganz schön viele Böller Ich denk mal alle illegal Oder auch nicht Ich weiß nicht so ganz genau Da stand sogar FBI Aber ist doch illegal Zumindest nur das Also ich bin stolz auf was das mein Kanal geworden ist Also Früher hätte ich's machen sollen Aber Ignoriert nicht verstanden Und äh Meine Evolution hat sich geändert Aber In der Zeit habe ich Youtube Aber ich habe die Evolution geändert Und äh Mir gefällt es trotzdem Die ganzen Videos die ich mache So wie die anderen Youtuber Und naja das war's mit dem Video Blablabach Ja Okay das war's mit dem Video Ich hab euch das Video gefallen Und ja gebt einen Daumen nach oben Bitte meinen Kanal Likes Video Ich bin GYJT Jelvenjom und James Thomas Ciao